So ihr Lumpys da draußen, weiter geht's beim Feuer löschen. Ja, hab mir fast gedacht, dass das wieder übergreift. Könntet ihr mal bitte hier das Feuer löschen. Ach, das ist nicht im Heimatgebiet, okay, aber das kommt doch immer wieder hier. Da musst du immer wieder hinrennen. Gut, ich hab jetzt natürlich das Heimatgebiet kleiner gemacht, aber das ist auch okay. Dann soll sich das hier nach da irgendwo anders ausbreiten. Der Gumpi löscht das wenigstens und die Prellung ist auch schon wieder okay. So, müssen wir den auch begraben oder kann man den irgendwie zerlegen? Aber der verrottet auch. Hm. Tja, ich denke, ich denke, den muss man auch genauso begraben wie die anderen auch, oder? Den kann man nicht zerlegen, oder? Kann ich hier, äh, das kann ich ja bei den, bei den, ähm, anderen Androiden, oder wie die heißen, machen. Ja, vielleicht kann man das an einem anderen Tisch machen. So, kannst du mal auf jeden Fall einige machen. Äh, so, Grumpi, du nimmst dir dann gleich mal noch den Knüppel. Ja, da ist wieder mein Reis. Mein Reis brennt. Mir brennt der Reis. Äh, genau. Okay, jetzt hast du wieder 10, das ist gut. Nimm dir bitte erstmal das hier, äh, ausrüsten. Nein, du sollst natürlich das hier ausrüsten. Und das hier als, ähm, Sidearm, hier. Gumpi zeigt Interesse an der Tierfähigkeit von Jason. Die Tierfähigkeit, äh, diese hier. Aha. Aha, aha. Gumpi ermuntert Jason, über die Gesundheit nachzudenken. Ja. So, jetzt haben wir hier einen Großbrand, aber gut, das ist jetzt nicht schlimm. Der breitet sich zum Glück nicht in unsere Richtung aus. Ja, der Widerstand ist um 0,5 gesunken. Das wird ein bisschen gehen, bis der uns beitritt, aber, äh, was bleibt uns übrig, ne? Was bleibt uns übrig? Ja, die Fallen sind echt einfach wichtig. Die sind wirklich wichtig. So, wieder ein Grab bitte. Für einen Androiden. Für Sean. So, das war ein anstrengender Tag. Aber wir haben es, wir haben es gemeistert. Den Überfall der Androiden. Und Hux-Tab ist eigentlich echt gut gelaunt. Gumpi nicht so. Absolute Erholungsmangel. Ja, du kannst, es war natürlich jetzt schwierig, äh, während dem Fight, sich da zu erholen. Jason kann wieder laufen, aber ich glaube, Jason hat ein Bein verloren. Und deswegen ist er auch recht schlecht mit dem Laufen. Und das linke Bein ist auch noch gebrochen. Ah ja, das wird wieder, äh, der Widerstand ist schon wieder etwas gesunken. Eine Aufgabe, vergiss es. So, wieder alles schön anbauen. Und dann bitte die Fallen wieder herrichten. Sehr gut. Eine Falle wieder gebaut. Und die zweite Falle... Hä, was hat sie jetzt gemacht? Die räumt auf hier, ne? Die räumt hier auf, das ist gut. So. Oh, hier ist irgendwas gestorben. Ich habe es genau gehört. Wie Konstruktion fehlgeschlagen. Hier ist doch unser Grab. So. Schieferblöcke. Kalkstein, dieses Calcium-Polymer und Schieferblöcke. Haben wir aber noch nicht genug. Da muss noch mehr her, damit wir hier anbauen können. Wenig Medizin. Das können wir mal ändern. Gucken wir mal. Hier gibt es was zu ernten. Das ist auch zum Glück hier in der Gegend. Oh, das ist ein Bär. Den mag ich nicht. Ich hoffe, der macht mir keine Probleme. 56% Hunger. Nääääää. Lasse er mich bitte in Frieden. So, die sammelt Medizin. Gampi ist wieder am Kochen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt regnet es. Das heißt, jetzt ist auch der Brand gelöscht. Und Huckstep tut sich ein bisschen ausruhen. Oh. Sie haben Angst aus vollem Grün. Keine Gästebetten. Okay. Ne, die haben wir. Das ist kein Problem. Gästebetten kriegt ihr. Und zwar hier rein. So. Wie immer vier. Für Gäste. So, ich hoffe, das sind auch nur vier. Und jetzt nur einer. Squirt. Squirt. Was bist du? Die Tochter von Huckstep. Ah, ja. Die ist 49. Und Huckstep ist 33. Ach nee, die Mutter ist... Das ist die Mutter von ihr. Verstehe. Du willst dich doch bestimmt anschließen, oder? Gucken wir mal, was die kann. Oh, die ist gut im Fernkampf und Nahkampf. Gut im Kochen. Gut in Medizin. Aber natürlich... Wieder nix hier. Mit geistiger Arbeit. Die Mechanical Koalition. Gucken wir kurz mal, wo sind die? Hier. Ich will die nicht verärgern. Ich will die nicht verärgern. Ich habe schon genug Feinde. Aber die Mutti kann ja mal zu Besuch kommen. Und dann gucken wir morgen mal, ob die was zu... verkaufen hat. Oh, Mutti hat aber auch eine lustige Frisur. Ist das hier ein Gürtel dann? Ah ja, tatsächlich. Gumpi beschreibt Brettspiele. Der quasselt auf hinein. Der Jason denkt bestimmt auch... Bip, 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 bip. Oder sowas. Bip, 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 bip. So, Hackstep. Ja, ich gehe erstmal was essen. Das Alpaka-Fleisch ist schon wieder verdorben. Aber wir haben noch Reis. Es gibt Reis, Baby. So, und jetzt... Ah, die schläft. Okay. Solange die schläft, handeln wir nicht. Wach mal auf. Ich will mit meiner Mutter sprechen. So, haben wir denn jetzt genug von den... Hm, nicht so wirklich, ne? Von den, äh, Mauern. Mutti ist zu Besuch. La 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 la. Und Mutti schläft einfach nur. Den ganzen Tag. Oh, jetzt ist Mutti wach. So, haben wir denn was zu verkaufen? Bauteile. Möp. Was ist das denn? Tablets of... Ah, das ist irgendein... Ähm, sowas wie Jod-Tabletten. Okay. Für, ähm... Ja, gegen, gegen, äh... Verstrahlung sozusagen. Oh, wir könnten den auch verkaufen. Nein, das wollen wir nicht. Das wird unser Forscher. Der wird nichts anderes machen, außer forschen. Den ganzen Tag. Und kämpfen. So, ist der denn jetzt schon wieder weg? Äh, Squirt? Ne, da ist er. Mutti. Ach, Gumpi, was hast du denn? Schlechte Stimmung. Ja, du bist auch total unentspannt. Geh doch mal dich entspannen jetzt. Ist doch nicht wahr. Warum, da kriegst du hier auch noch Entspannung. So, kriegt er beide. Stunde länger Entspannung. Hä? Ist das nix? Der reißt zwar die ganze Zeit hier Wände ab und so weiter. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber man muss die Sachen dann auch irgendwo mal runterkarren. Ah ja, das macht Huckstep. Quatschen über Raumschiffe. Sie quatschen über Raumschiffe und unterhalten sich über Essen. Das ist schon witzig. Ah, da ist wieder ein Fäkalien-Eimer. Bin mal gespannt, wenn das Ding voll ist, was ich da so mit denen machen kann. Vielleicht kann ich die auch irgendwie verarbeiten zu Dünger oder sonst was später. Muss man vielleicht wahrscheinlich erforschen. So, Kumpi, jetzt... Ne, jetzt entspann dich doch mal. Jetzt wäscht er den Jason. Und wäscht hier noch. Ruht sich aus. Ja, aber entspannen ist das trotzdem nicht. Jetzt kommen noch irgendwelche Reisende, die sind auf der Durchreise. Tschüss. Macht's gut. Hallo. Na gut, wenn die nicht wollen, in meinem wunderschönen kleinen Koloniechen hier mal Platz finden, dann ist er aber schuld. Da sind wir ja nicht so. Ja, Jason hat sich erholt. Widerstand ist auf 16,5% gefallen. Ja, ist immer noch viel. Aber stetig wird's weniger. Und Kumpi ist auch ein bisschen besser gelaunt. Er ist zwar völlig unentspannt, aber was soll's. Keine Entspannung heute möglich. So, das Gute ist, wir kriegen dadurch... Kalkstein baut der gerade ab, ne? Ach, es gibt sogar Wände aus... aus Knochen. Ist ja cool. So, wir haben jetzt auf jeden Fall mal Schiefer. Das heißt, wir könnten noch ein bisschen erweitern, 150 Schiefer. Weil ich hätte gern eigentlich für ihn auch noch einen eigenen Raum. Dass das hier oben kein Schlafzimmer ist, sondern eher Küche und Forschung und Essen und Schlachten und sonst alles Mögliche, ne? Quatsch, hier sind wir. So, was hab ich gesagt? Schiefer, ne? Ja. Und dann würde ich noch einen dazu bauen. Ich find die Anordnung eigentlich ganz cool, aber ohne das hier dazwischen. Das heißt, es ist 3 hoch, ne? Oh, da reichen 150 nicht. Das Gute ist aber, dass da oben noch mehr Schiefer ist, ne? Ja. Und das baut ihr auch noch ab. Oh, da hab ich gar nicht gesagt, dass ihr den Boden wegmachen sollt. Das geht natürlich nicht. Der gute Boden. So. Es gibt ja auch noch mal irgendwelche... Ähm... Irgendwelche Rohstoffe zumindest. Ah, ist ganz knapp, dass das nicht reicht. Mit dem Schiefer, oder? Ah, doch, reicht. Ja, super. Dann können wir nämlich das hier alles wegreißen. Und dann haben wir schon hier... wieder zwei Räume. die Räume... Ach, nein. Mutti, warst du enttäuscht. War doch schön, hier in dem... ...Zimmer hier auf dem Boden zu liegen, oder nicht? Ach Mutti, was macht ein Huckstep? Die forscht, wieso forscht die plötzlich? Weil sonst nichts zu tun ist, oder wie? Wahrscheinlich. Ich kann das also nicht äh nicht manuell der sagen, sondern die macht das dann einfach, wenn nichts los ist. Ja, okay. Schön. Entspannst du dich jetzt mal auch ein bisschen? Ja, er entspannt sich. Er entspannt sich. Gumpi, entspannt sich. Alles wird gut. Oh, da muss ich mich auch mal kurz entspannen. Hier, so. Ah. So, genau. Und dann wollte ich noch ähm, was machen. Und zwar, wenn die hier fertig gewachsen sind. Äh, dann bauen wir nämlich hier ein bisschen um. Hier kommt ein bisschen länger das hin. Und dann wird aber das hier weggemacht. Was haben wir denn noch? Kalkstein. Ein bisschen Kalkstein haben wir. Dödel. Wie viel war das? Also 50. Okay, das ist gut. Äh, machen wir mal so. Und wir machen hier einen Sandsack noch hin. Nee, kein Sandsack. Sondern äh, halt, halt, brechen. Äh, es gibt auch so andere Strukturen, ne? So, so, hier. Das ist doch viel besser. Ähm... Was kostet denn sowas? 15. Ja. Da können wir dann hier dieses... Wie heißt das? Ach nee, wir brauchen ja 30 insgesamt. Nee. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Stein. auf jeden Fall. Das könnt ihr morgen mal abbauen. Ihr Lieben. Da, da, da. So, die schöne Licht, die, äh, äh, das schöne Licht am Himmel ist vorbei. Und wir brauchen Nahrung. Sehe ich gerade. So, was haben wir denn hier? Haben wir irgendeinen Viech hier rumfahren? Hier ist ein Hase. Der kann weg. Ist auch ein Hase. Was habe ich denn hier hingebaut? Schlachtplatz hingebaut. Okay. So, den, der können wir... Nein. Ich glaube nicht, dass ich den angreifen will. Okay. Tu doch mal hier noch einen Apfelbaum ernten und den Pirsichbaum hier. So, und dann haben wir noch ein paar wilde Beeren und den Pirsichbaum, den tun wir auch noch ernten. Und wilde Beeren, dass wir wieder ein bisschen Essen haben. Was ist das hier? Ah, das ist nix. Sah nur so aus, als wäre das was. Pilz nehmen wir auch mit. Der baut fleißig. Fleißig, fleißig. Hackstep kümmert sich ums Essen. Jetzt hat er auch genug, dann kann er wieder irgendwas holen hier. Sehr schön. Wir haben nämlich keine Nahrung mehr. Deswegen ist es wichtig, dass Gumpy jetzt erstmal kocht. Und die gute Hackstep erstmal alles erntet, was es zu ernten gibt. Gumpy, wie sieht es denn aus, Jason, mit deinem Widerstand? Und ich hätte gerne ein Android in meiner Kolonie. 14,2. Ja, da geht noch was. So, Hackstep holt hier alles mögliche ran. Da geht es lecker, Sachen. Apfel, Pilz. Keine Ahnung, was das dann ist, was man da isst. Apfel mit Pilzen. Vielleicht schmeckt das. Ich habe keine Ahnung. Man weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall eine leckere Mahlzeit oder eine Pfirsichsuppe oder was auch immer, der da kocht. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall Essen da. Und das ist wichtig, weil ob wir das nächste Mal nämlich auch noch Essen haben, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr dran bleibt. Ich sage, macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 ponsel doom mellan기� Staffeliffrible yeah